In Camtasia 2020 können Sie jetzt vorgenommene Einstellungen für fast alle Anmerkungen und Werkzeugeffekte unter einem benutzerdefinierten Namen abspeichern. Sie können nun einen Standardstil nach Ihren Wünschen konfigurieren. Dann vergeben Sie einen neuen passenden Namen. Diesen Effekt finden Sie dann unter den entsprechenden Effekten wieder. Danach können Sie ihn markieren und als Favoriten anlegen. Auch mit dieser Neuerung in Camtasia 2020 können Sie nun viel Zeit einsparen. Die Neuerung in Camtasia 2020 Die Neuerung in Camtasia 2020 Die Neuerung in Camtasia 2020